So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2. Wir spielen Meltdown, diesmal aber kein normales Team Deathmatch, sondern eine im Lauf. Eine im Lauf ist ein Partyspiel, was ihr bis jetzt selbst auch noch nicht gespielt habt und deswegen schaue ich da mal rein. Im großen Ganzen geht es darum, dass man einen Schuss im Lauf hat und wenn der versemmelt ist, dann kann man nur noch mit dem Messer was erreichen. Ich muss hier kurz gucken, ob ich das Messer nicht auf welcher Taste ist das hier gelegt? Auf V. Genau. Wir wollen mal versuchen, ob hier irgendwas mit daneben. Jetzt haben wir schon keine Munition mehr, alles klar. Na, hat der noch Munition? Ne, sieht zwar nicht so aus. Aber gold. Oh, dann ne. Nein! Oh, ich hab von hinten erschossen. Okay. Da hast du dich dran gewöhnt. So, komm her, komm her, komm her. Nein! Zu lange gewartet, ey. Letztes Leben. So, wo sind die jetzt alle? Ist ja auch alle gegen alle, ist ja also kein Team-Dismatch oder so. Was, der hätte sitzen müssen? Das verstehe ich nicht. Oh, das ist ja nur eine bestimmte Anzahl an Lieben oder was? Okay. Dann haben wir das eben noch. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2. Wir spielen auf der Karte Hijacked und zwar spielen mit dem Party-Modus eine im Lauf, wo es grundsätzlich darum geht, dass man nur eine Patrone im Lauf hat, eine gewisse Anzahl an anderen Leben hat, drei. Und wenn man die Patrone daneben gesetzt hat, kann man nur noch messern. Ähm, ja, ich habe das Ganze auch selbst noch nie gespielt, probiere ich das jetzt auch zum ersten Mal aus. Wow, das war knapp. Ähm, wir wollen mal schauen, wie das läuft. Das steht irgendwie afkarum, oder soll ich das Gefühl? Oder war einfach, wow, wow, wow. Na, jetzt haben die keine Munition, ne? Nein, zu spät. Da kam auf mich zu gerannt. Ist eigentlich ganz lustig, der Mode. Vor allem, wenn man daneben schießt. Ja, komm. Ja, erwischt. Oh, der schießt schon wieder hinter mir, ne? Nein! Ich wollte schießen, aber jetzt haben wir noch reingegangen. Jetzt habe ich nur noch ein Leben, alles klar, oh Gott. Das kann hier was werden. Das geht ja relativ fix, ey. Oh, da unten waren wir. Ja, nein, von hinten! Scheiße! Aber ganz lustig, das Game. Also, kann man sagen, wenn man Partyspiele mag, also nicht nur mal Team Deathmatch spielen will, dann ist das echt zu empfehlen. Ist ganz lustig, vor allem, weil, ja, bisschen Nervenkirze drin steckt. Diese eine Kugel muss halt auch sitzen. Ja, gerade bestimmt im Laden oder im Multiplayer mit anderen Leuten muss man im Schnitt richtig Bock machen. Mal schauen, wer jetzt hier das Ding gewinnt. Der eine hat nur ein Leben, der hat auch nur noch ein Leben. Gut, dann geht das auch relativ schnell vorbei. Und dann hänge ich gleich noch eine zweite Runde ran, weil die war ja doch relativ kurz. Und dann haben wir gleich zwei Maps in diesem Video. So, mal gucken, wie das ausgeht. Die campen wieder herum, ey. Als wenn es um die Weltmeisterschaft von einem Lauf gehen würde. Komm, Leute, beeilt euch mal. Ja, 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 ja. Oh, daneben. Jawoll. Ja, immerhin Platz 3. So, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich, Leute. So, die zweite Runde beginnt gleich. Wir befinden uns auf der Carrier und spielen, wie gesagt, immer noch einen Lauf. Mal gucken, ob die Runde besser läuft oder genauso gut oder schlechter läuft. Oh, ich schieße da nicht alleine. Nein! Ich versuche dann immer zu schießen und nie auf mich zu laufen, weil ich glaube, ich soll dann auch einfach messern, weil ich das Gefühl soll, dass das besser laufen wird. Oder nein. Nein! Scheiße! Oh, Leute, ich habe nur noch ein Leben, ey. Das geht ja richtig, richtig, richtig weg. Na, kommt der? Nein! Nein! Nein, ich laufe rückwärts und er messert mich in die Front. Verdammt! Ja, so schnell kann es gehen. Das waren, glaube ich, schon drei Leben weg, was? Ja, war nicht. Hahaha. Oh, bescheuert, ey. Ich glaube, dann mache ich nur gleich eine dritte kurze Runde. Das gleich, Leute, wenn die fertig gespielt haben. So, Runde Nummer 3. Wieder Map hijacked und wieder einem Lauf. Mal gucken, wie die Runde laufen wird. Die davor habe ich ja minimal verkackt, würde ich fast sagen. Oh, da ging es dann hin. Nee, der hat zuerst gemessert. Mein Scheiß. Den habe ich aber mitgenommen. Ist ja mitten in den Lauf gelaufen. Mal gucken, ob hier oben... ...irgendwer zu finden ist. Aber irgendwie nicht. ...wann war er hier draußen irgendwo. Entfernungsschuss. Nein! Der hat mich erwischt. Letztes Leben. Das war scheiße. Oh, der kam aber ungünstig, der da draus. Oh. Oh. Das war Glück. Weg. Null. Komm her, komm her, komm her. Bleib stehen. Geh doch. Okay. Wo sind denn hier jetzt alle? Oh, der kommt... Nein! Der hat mir einen Header gegeben. Scheiße! Das will ich sehen. Das will ich sehen. Er kommt angelaufen. Sieht mich kurz. Jumpt. Und drückt ab. Und... Ah, okay. Das... Das war... Ah. Gönn ich ihm mal. Aber war ja eigentlich ganz okay die Runde. Naja, das war auf jeden Fall. Ähm... Einem Lauf. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, könnt ihr mir ja schreiben. Wir sehen auf jeden Fall wieder in den nächsten COD-Runden. Whatever. Viel Spaß dabei.